willkommen liebe clasher bei mir im torsen ratoto beim clan true warriors 2 ja was ja was eigentlich go was wir haben ein golem event und ich denke es ist mal wieder an der zeit für so ein paar richtig nette golem angriffe mit den verschiedenen rathausstufen also rathaus ich würde sagen heute rathaus 8 9 10 und 11 denn dies event kann man natürlich erst ab rathaus 8 spielen da dort erst der golem verfügbar ist alle anderen rathäuser fallen leider mal wieder unten weg auch da kann sich super still vielleicht mal was einfallen lassen must use man golem für die achter und dann vielleicht für die siebener sechser was weiß ich sechs riesen oder was auch immer und das finde ich an der stelle immer so ein bisschen schade das ist nicht immer für alle rathäuser hier die events gibt aber ich denke mal ich habe hier so eine so eine ganz nette truppe am am start nämlich in gogo was gohawk und ich habe mir mal so ein paar luftball luftballons wollte ich gerade sagen so ein paar so ein paar ballons in die clanburg packen lassen beziehungsweise so ein paar loons hier und das ist für mich eigentlich eine ganz gängige armee gerade so ein bisschen wenn ich hier so ein bisschen am ball bleiben will was das dunkle angeht alles andere nach wie vor brauche ich mit diesem account ja schon ewig nicht mehr und oder halt auch ein paar pokale ja müssen wir mal sehen dass wir jetzt einen anständigen gegner hier finden und dann machen wir natürlich einen richtig krassen golem angriff ich glaube das ist eine coole base für unsere truppe hier 1262 dunkles ist jetzt zwar nicht so super viel aber ich muss ja jetzt meine luft so ein bisschen mit einplanen und ich glaube die kann ich richtig gut einsetzen hier ich weiß auch schon ganz genau wie und wo das werdet ihr gleich sehen wir machen erst mal oder wir fangen erst mal ganz piano hier mit unserem golems an mal sehen wo die wo die so hin laufen ich darf natürlich nicht die ecken hier vergessen und auch die bauhütten vor allen dingen nicht so nehmen wir mal hier unsere unsere mauerbrecher schon mal rein ziehen hier den king hinterher und dann noch 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 so ein paar magier mit die restlichen mauerbrecher hier gesetzt so dann kann das hier durchgehen ihr seht was ich so ein bisschen so als zauber dabei habe nämlich heil zauber natürlich für meine hocks und jetzt habe ich schon das loch darauf gemacht das natürlich sehr cool und jetzt jetzt geht der jetzt gehen die hier auf jeden fall schon mal rein oh jetzt muss ich schon so ein bisschen mein king mal hier schützen so jetzt muss ich mal okay da ploppt schon mal ein tesla auf das ist das ist an der stelle mal nicht ganz so schlecht so wir setzen hier mal den high mal sehen da geht er geht leider der der king nicht mit rein das ist aber nicht so schlimm wir setzen jetzt mal die restlichen hocks rein und dann könnt ihr gleich mal zu gucken wo ich hier letztendlich die die loons gleich droppe denn das ist das ist auch eigentlich eine coole taktik hier ich habe die lange ich habe die wirklich lange benutzt im im bereich der klankriege mit rathaus acht nämlich einfach die loons jetzt ihr seht ja die letzte luftabwehr hier in der mitte ist weg und ich nehme ich nehme die jetzt einfach fürs fürs back end so kann man es natürlich machen jetzt habe ich natürlich das problem dahinten habe ich komplett den flächenschaden aber ihr seht das hier ich habe auch noch reichlich schweinereiter am start also die hocks ja eigentlich haben es jetzt die hocks gerissen aber ihr könnt euch vielleicht diese armee mal wegpinnen denn gerade mit den loons im back end wenn du noch so ein paar bogenschützen türme da stehen hast oder vielleicht noch eine kanone oder so dann sind die schon sehr hilfreich denke ich mal jetzt haben wir auch nicht alles verpower ich muss aber unbedingt alles verpower damit meine nächste armee gleich auch wieder am start ist aber ich denke mal mit r8 ist mir der start hier schon mal ganz gut gelungen in dieses golem event hier und also noch mal ihr seht ihr die truppe die könnt ihr auch im ck so nutzen ich werde sie nämlich auch heute so nutzen hier im im klankrieg auch mit den loons im back end denn ich glaube ich habe mal vor zwei jahren habe ich schon mal so ein video davon gemacht wie man das eigentlich cool einsetzen kann und ich glaube ist eine gute truppe machen wir jetzt einen sprung auf erh 9 ok liebe fischer hier sind wir auf dem rathaus 9 und hier habe ich auch ein irgend so was ausgebildet also ein hola lun seht ihr hier ich habe ein bisschen zu viel riesen dabei das ist aber nicht so schlimm und ich können mir mal heute eigentlich ist es auch so ein bisschen classic sag ich mal denn der früher hat man den gullern und natürlich so machen müssen da ist noch keine bola gehabt heute nimmt man in der regel mit in die clanburg aber da verzichte ich heute mal drauf ich muss noch ein bisschen warten deswegen habt ihr das natürlich nicht gemerkt musste ich jetzt ein bisschen ich muss ein bisschen warten bis die queen hier fertig ist denn der donna bengel hat seine queen endlich auf 27 ist eben fertig geworden ja wo wir sie natürlich auch mal gleich antesten wie die denn so ist wie sie sich jetzt hier so schlägt mit den golems und nur noch mal passenden gegner finden also er 9 sollte schon sein denke ich mal der auch ein bisschen was für uns ab wirft also dunkles wir suchen natürlich wieder dunkles und ich will mal sehen dass die suche jetzt nicht so super lange dauert wir sind ja am farmen ne dann müssen wir so einen auch waren es tut mir leid für den kollegen aber den müssen wir einfach mal mitnehmen natürlich hat er jetzt nicht so die klassischen super lars aber er hat für mich 2756 dunkles und die will ich ihm einfach mal klauen in der mitte king und queen queen und ich würde sagen wir haben ja hier wir haben erst mal ein golem er ist auch ganz schön dick mal gucken wo der eigentlich so hingeht ok der geht nach darüber warum geht der golem jetzt nach darüber ok alles klar dann müssen wir wohl doch von dieser seite hier rein ist nicht so schlimm aber auch ich machen wir nehmen hier unsere riesen auch mit rein und jetzt muss ich mal gucken wo hier wo ich eigentlich rein gehen kann ich glaube ich hier kann ich mit meinem mauerbrecher rein so da ist schon mal offen dann nehmen wir die queen hier mit rein den king setzen wir mal etwas später und da die golems jetzt schön auf die verteidigung gehen hoffe ich dass hier oft dass sie jetzt auf die luft abwehren da gehen die latschen so ein bisschen außen rum das nicht so schlimm das ist nicht so schlimm und ich habe ja jetzt noch auch ich habe noch gar kein zauber verbraucht hier stelle ich gerade mal so fest jetzt muss ich mein king aber schon mal ziehen hier ist eine riesenbombe in der mitte queen geht auch noch so ein bisschen jetzt habe ich natürlich ich habe man ich habe natürlich mal wieder nicht die fäger hier mit betrachtet ist aber nicht so schlimm wir gehen hier jetzt mit unseren hunden und unterstützt so ein bisschen speed zauber hier in die base rein so dann gehen wir den hier mal auch ein bisschen ein bisschen noch von dem zauber ab ein bisschen rein spulen aber ich glaube dass sie ganz gut aus heißen muss ich mich zwar gegen den fäger wehren da aber ich glaube das ist nicht so schlimm und eigentlich kann ich mir den heilzauber jetzt auch sparen ich nehme immer trotzdem ist nicht so ist nicht so schlimm ich immer mit meinen ist nicht so schlimm so dann kann ich den jetzt auch zünden denn die mitte wird in jedem fall ich muss online der king okay der king kein thema der king und das ist ja der ort der begierde hier nämlich das dunkle lager also irgendeine truppe muss natürlich jetzt ok ok klar war die base jetzt nicht so der bringer und auch nicht so super schwer aber das mir letztendlich beim fahren egal ich habe jetzt zwar ein bisschen was ausgegeben hier aber ich finde auch ein bisschen das event spielen also ich habe den einen golem wieder mal wieder genutzt hier und hat man erzählt auch schon vorbereitet springe ich gleich rüber da wird das dann so ein bisschen anders aussehen also so ein bisschen mal gucken mal gucken mal eine ganz ganz andere truppe werdet ihr sehen beim rl war da dachte ich sowieso kaputt wenn ich mit dem erstmal anfangen aber das sah gut aus hier und mit dem bonus hier das dunkle absolute in ordnung für mich ich fahre mir ja mit diesen accounts hier eher sehr sehr langsam muss ich sagen und ich bau den auch bau den auch gleich noch mal nach denn ich kann mir so ein bisschen was wenn ich will nicht sagen erlauben aber es dauert halt noch wieder ein bisschen bis ich die nächsten 137.000 für das dunkle dabei habe und bis auf ein rh oder bis zum r10 mal schauen wie mir das jetzt auf dem r10 so gelingt ihr seht das hier dass der avatar mit dem geht es ganz gut und ganz relativ normal voran würde ich mal so sagen und ich tue mich hier auch in einer liga wo man wirklich gut fahren kann gar keine frage das seht ihr hier dass ich auch mal hier nur mit den kobe so ein bisschen so ein bisschen was reiße ich muss natürlich immer die golems setzen das heißt also ich hatte hier vorher in der armee fast nur die kobold einfach zwei golems ein bisschen helden dahinter und dann irgendwie 50 prozent gemacht oder ein stern das reicht dann ja an der stelle aber jetzt habe ich mal eine ganz ganz andere armee am start und nehme ich mit heilern zwei golems ein paar bohlen die habe ich noch gar nicht benutzt hier auf meinem account die sind zwar noch auf 1 aber ich meine ich habe sie warum soll ich sie da nicht nutzen frost zauber ist natürlich auch erst auf 1 also auch das ist ja nicht so das wahre so diese 300.000 und vor allen dingen diese fast 4000 dunkles die kann ich mir bei diesem gegner hier nicht entgehen lassen und ich würde auch sagen den nehmen wir mal mit wir gehen ja erstmal behende mit den mit der queen rein ok eine 30er queen ein bisschen 10 hat der vater ja aber er hat keine x bogen hat keine entfernung also auch hier ich farme leute ja also ich mache hier natürlich jetzt nicht in diesem event die super super ultra gegner weil ich will ja auch irgendwie gewinnen und denn wenn er einmal nicht gewinnt dann ist das vertaner angriff hast du deine ressourcen unter umständen vertan ich meine die 300.000 hier das ist ja jetzt auch nicht das super gefahren aber wenn ich dann einfach so ans event denke dann ist das absolut in ordnung für mich so muss man es ja mal sagen und die queen wird ja jetzt sicherlich richtung kaserne weitergehen denke ich mal so ja das macht sie auch dann würde ich sagen ziehen wir hier schon mal unsere golems hier mit mit rein ein paar magier dahinter und mal wieder nicht am rumgeizen hier der toto mit seinen mit seinen mauer brechern keine frage hier immer wieder mauer brecher die das können wir uns hier richtig besorgen mit dem mauer brechern und wo müssen wir dann springen wir springen einfach mal hier ich habe immer noch nicht die die queen hier margaret jetzt habe ich sie mal so ein bisschen in rage gebracht okay die heiler sind dann noch in wut drin das ist in ordnung und dann entscheiden sich der meine anderen truppen jetzt mal da rein zu gehen okay endlich man 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 ich habe schon gedacht die machen das gar nicht mehr dann giften wir hier mal ein bisschen den king und was habe ich denn hier in der klaren buch okay da habe ich eigentlich ein bisschen def drin die würde ich mir auch gerne die würde ich mir gerne drin lassen wir haben jetzt zwar nicht mehr so die super vielen truppen hier in der mitte aber ich denke mal es wird in jedem fall für irgendwas reichen vielleicht ziehe ich die truppen denn doch noch muss ich mal sehen ich weiß jetzt gar nicht wo die kevin jetzt gerade mal so starken beschuss kriegt da ist das okay also doch mal kurz gefriest hier dann muss ich den jetzt doch mal ziehen und denn der war mir jetzt doch gerade an der stelle ein bisschen zu schwer mein king tankt jetzt da geht die kanone schon mal weg das ist gut ich setze mal hier den magier damit die ebola hier nicht raus wollen wenn die schüssel hier oben weg ist dann gehen die den anderen weg das machen sie jetzt auch ja so ein bisschen kann man ja den weg der truppen dann so ein bisschen eben ebnen die sollten ja jetzt in jedem fall hier mit king und queen mitgehen los geht geht einmal mit man 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 wie laufen die denn aber okay jetzt kommt es ganz auf den golem an der klopft da und na was macht der tankt jetzt nur den den doch jetzt müsste er eigentlich eigentlich müsste der bogenschützenturm sich jetzt auch mal umdrehen zu dem golem machen sie aber nicht lassen sich lieber kaputt schießen hier und jetzt ist es nur noch der der mörser hier und dann war es das auch also ich denke mal auch das kann man hier so machen man kann einfach mal so ein bisschen trainieren mit irgendeiner armee ein bisschen queen walk trainieren war jetzt eigentlich hier so ein bisschen mein motto wie kommst du dann in die base rein wie ist der weg der queen und ich glaube das ist für mich in ordnung hier mit auch mit dem dunklen geht das hier ganz gut voran ja den bonus sagt ich auch gerne noch ein und ich bin sogar wieder in kreis kristall 1 hurra also auch hier geht das voran ich baue die truppe auch ruhig nach denn die ist ja die ist ja hölle dieser wirklich günstig mit ok sie kostet 1445 warum eigentlich ach wegen dem bohler okay die dort allerdings ein bisschen länger weil ich hier nur eine kaserne auf bohler status habe nämlich die die andere dauert noch aber in zwei tagen habe ich dann auch die erste meiner kaserne hier und dann geht das hier ganz behendet mit dem avatar weiter und last but not least kommen wir jetzt mal zu dem rf ok ihr lieben jetzt kommt die armee vor meinem rf ihr seht das hier zwei golems ich muss zwei nutzen ich habe sogar noch einen dritten in der klaren burg also hier ist alles tut ich muss ja mit dem rh10 und r11 zwei golems nutzen und ihr seht hier so den rest also hiermit schlage ich mich tatsächlich durch dieses event hier durch macht aber total bock muss ich sagen macht total laune auch mit den ok out of sync auch nicht schlecht mit den kobolden vor allen dingen und den golems davor ich hatte eigentlich immer fünf riesen falls ich die base treffe wo ich so die lage außen habe wo ich mir einfach nur schnell mal ein bisschen was wegsnecke sondern das ist ja jetzt schon eher eine armee um hier so eine ganze base zu überfallen und natürlich lahm zu legen da müssen wir gucken dass wir hier auch ein bisschen was finden ich bin hier in meister das auch der hammer mit meister oder mit kobold in meister das finde ich richtig richtig krass war so einer der schon mal gar nicht schlecht ich habe ich habe keine angst mehr vor allem war und muss auch noch ein bisschen dunkles fahren heute abend vor allen dingen weil ich im ck mitspielen will und ihr seht das vielleicht aufmerksame beobachter werden es beobachtet haben ich habe meine queen of 42 denn ich hatte ja 200.000 dunkle schon mehrmals jetzt in der zeit und habe gestern abend mal gedacht toto du hast so viel games dann kannst du auch mal ein bisschen was investieren und ich war ja schon fünf stelle ich in den games also in den juwelen und habe einfach mal meine queen ein level weiter gemacht so ich denke mal ja dass das das ist so einer mit dem können was event auf jeden fall spielen auch hier keine frage ich gucke auf die ressourcen und ich gucke natürlich drauf dass ich hier irgendwie das event umkriegen und ihr seht das hier das war jetzt ein richtig schöner richtig schöner zwei finger drauf mal muss ich sagen so jetzt muss ich kurz mal reussmann so ein paar und paar kollegen lasse ich mir glaube ich hier noch über von den von den kobe ist das hätten ja jetzt auch schon ein paar kobolde machen können hier so die können die können schon mal auf das lager gehen hier das gucken wir mal dass wir hier so ein bisschen unsere war schade den sprung hätte ich glaube ich nicht gebraucht ich glaube meine moore brecher gehen hier gut durch und ist okay die sind doch gestorben also passt das doch hier an der stelle so jetzt lassen wir die glaube ich hier auch noch mal noch mal so ein bisschen springen mal gucken ein paar gehen hier schon in der mitte rein ich muss hier kurz und mein king schon mal durch rachel so da haben wir das rad auch schon mal ja ich muss auf jeden fall ja außen so ein bisschen was mitnehmen da muss ich mal eben gucken wie ich das am einfachsten mache wo meine kobe ist halt wirklich am wenigsten beschuss kriegen einfach so ein paar ressourcen mit wegnehmen wir haben ja jetzt schon in einen stern beziehungsweise wir haben ja jetzt schon fast zwei sterne hier drin und den rest nehmen wir einfach mit den kobolden hier mit so dass sie ganz gut aus glaube ich können wir die hier mal zünden wo ist denn hier noch gold hallo wo ist hier das gold habe ich was vergessen ach da ist das gold am ist da komme ich nicht ran oder oder komme ich daran kommt kobe ist kobe ist kobe ist los frest euch mal gucken wie die sich durch die mauer gefressen ja die nehmen wir das auch noch mit sauber wunderbar es macht mir spaß ich merke dass ihr gehört hast echt coole coole geschichte hier vor allen dingen so dass einfach mal so ganz lockig flockig das event hier zu spielen das freut mich wirklich wirklich stark und da wollte ich gar nicht rein das ist ja unser ck also seht ihr ich habe die armee noch mal komplett nachgebaut der ist natürlich ein bisschen dusselig jetzt da müssen wir noch ein kobold mitnehmen und dann nehmen wir die noch mal aber ich glaube wir nehmen sie noch mal hinterher wir haben jetzt ein bisschen was verbraucht hier wir nehmen also einen von denen 12312 12345678910 einfach mal zum mitschreiben für euch ja ich nehme einfach zehn magiermittel und den rest wieder mal die kobolde und so kriege ich das event hier rum ich hoffe ihr habt das event schon gespielt und die folge hat euch trotzdem gefallen also ratos 8 9 10 11 alles durchgekriegt hier ich würde sagen ich wünsche euch einen schönen zweiten advent und bis zur nächsten woche euer toto